Hallo und hallo. Dieses Mal mit schönen Grüßen aus Frankfurt. Die Covid-Zeit ist komplett vorbei. Wir werden wieder viel unterwegs. Im Moment auf Geschäftsreise in Deutschland. Morgen gehts nach Ungarn und zurück nach Korea, dann Thailand. Zum Schneiden habe ich im Moment nicht ganz so viel Zeit. Deswegen ein kurzes Update, was so in der Pipeline ist. Die Gelegenheit hier in Deutschland zu sein, habe ich genutzt, um mit der Kita eine zweite Runde des Bier-Tastings zu machen. Sieht schon mal aus wie ein Bier. Es gibt aber kein Bier, was 4,3 heißt! Aber es gibt Biere mit 5,0! Die! Dann schneide ich im Moment ein aktuelles Video zu all meinen monatlichen Ausgaben in Korea. Und habe dann noch vor, ein paar Real Talk Korea's zu machen, wo ich ein paar der Fragen beantworte, die mir am meisten gestellt werden. Warum ich überhaupt in Korea bin, wie das Leben da so ist, was gut ist, was schlecht ist und so weiter. Wenn das interessant klingt, gerne subscriben. Ich freue mich über jeden Video. Schöne Grüße aus Frankfurt. Wir sehen uns!